Was ist eigentlich Abseits? Abseits ist eine Regel im Fußball, die die Spielkultur gewährleisten soll. Wir wollen dies mit einem Beispiel darstellen. Die schwarz-gelbe Mannschaft befindet sich im Angriff und daher in der Spielhälfte der blau-weißen Mannschaft. Der eine Spieler der angreifenden Mannschaft spielt einen Pass an den blau-weißen Verteidigern vorbei zu seinem Mitspieler. Steht dieser zum Zeitpunkt des Abspiels hinter dem letzten Verteidiger der blau-weißen Mannschaft, handelt es sich um Abseits. Dies ist eine Regelwidrigkeit. Das Spiel wird vom Schiedsrichter unterbrochen und es gibt einen Freistoß für die blau-weiße Mannschaft an dem Punkt, an dem der schwarz-gelbe Angreifer im Abseits gestanden hat. Befindet sich der schwarz-gelbe Angreifer auf gleicher Höhe oder vor dem letzten blau-weißen Verteidiger, ist dies kein Abseits und das Spiel läuft weiter. Der Spieler kann nun ein gültiges Tor erzielen. Richtig ist ein ganzes Werteidiger. Der Abseits der Leuch von Werteidiger der Werteidiger